Ich habe hier heute noch mal ein lustiges Arcade Spiel gefunden. Dabei geht es um Basketball, nicht dass hier wieder jemand meckert. Was hat das mit Basketball zu tun? Also da ist ein Basketball Spiel dabei, das will ich jetzt mal ein bisschen anzocken, aber auch die anderen Spielchen und so spielen, weil da gibt es ein lustiges Spiel, was ich auch immer wieder feiere, wenn ich auf dem Kralle steuern muss. Unten sind die Stofffiguren, man fährt runter und ja, Kralle geht natürlich nicht zu, weil die Typen einen verarschen wollen und man gewinnt natürlich nichts, aber man schmeißt immer wieder Geld rein, weil man denkt, okay, irgendwann muss man was gewinnen und man gewinnt trotzdem nichts, aber macht immer wieder weiter und schmeißt da ohnehin die Kohle rein, am Ende hat man nichts. Am besten hätte man sich das Spielzeug so gekauft, hätte man sich Geld gespart und die Nerven, aber ja, jetzt spielen wir ein bisschen Basketball, los geht's. Also das Ganze wird gespielt hier mit der Oculus Rift und Oculus Touch. Man hat hier seine zwei Hände, man sieht schon, man kann hier Daumen steuern und dann drei Hände und den Zeigefinger. Stinkefinger gibt es leider nicht, das ist immer wieder was, was ich sehr bedauere, fände ich sehr witzig in dem Spiel, aber das gibt es ja nicht. Okay, was ist hier ein bisschen, brauche ich nicht. Ich will mal hier rüber gleich zum Basketball spielen, dann wird das, oh seht ihr, das ist hier, ja, das ist jetzt hier was, was ich besucht habe, wo geht das hier los? Hier drinnen, die kann ich jetzt hier anfangen, kann ich einfach spielen, wenn ich die Beschleimung vorgucken muss, was, ich bin einfach noch zocken, lass mir hier okay sein. Ah, hier, okay. Alles klar, sehr gut. Geht schon los? Oh, jetzt zeig. Oh, ihr seht schon, es ist hier klassischer Mode, es geht hier, warte mal los damit. Oh mein Gott, wie schnell. Okay, spielst du auch zum ersten Mal? Was ist denn das? Ich schmeiß den nach vorne, Alter. Okay, mal, okay, es wird schneller gehen. Ihr kennt diese Videos bestimmt von diesen Japanern oder Chinesen, die hier oben in die Dinger, da im Ballern, die sind da halt 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 halt. Das ist ja halt die witzige, ob uns geht das überhaupt nicht. Komm ich hier mal in den Gedenken, oder was ist hier los, Alter? Alter, bin ich schon. Ist jetzt der eine Ball, die er abkommt. Der Ball, der will in die Riesen an der Tür, was ist denn das für eine Scheiße? Hol ich mir den mal hier mal nach. Wenn ich die Bälle verlieren, kann ich gar nicht mehr spielen, weil ich jetzt gar nicht verstehe. Jetzt bewegt er sich noch! Leck mich! Das ist ja fisch! Wo sind die Bälle, Alter? Jetzt ist Zeit von vorne angefangen. Bewegt sich das Scheiß, Herr Richter? Oh, die Dimmel! Alter, ich blockiere die Bälle selbst mit dem Scheiß! Wo ist er denn? Wann ist Drexteil? Ich brauche ja nicht nach vorne, ne? Profi bin ich nicht. Alter, ist das Fischern? Man bewegt sich schon ein bisschen. 51? Okay. Oh, cool, ich habe die Finger. Nicht schlecht. Ach, kann man auch mal reingeben. Ich bin dabei. Oh, hier, komm mal her. 51? Los, Goma! Okay, bin ich hier dran. Bei den 90er, oder? Was ist denn das für eine Scheiße hier jetzt? Was soll denn das? Ich würde den Namen eingeben, ich kann es machen. Was soll denn das, Mann? Was ist denn das jetzt, Alter? Was ist das für Kinder oder was? Für Kindergrüße? Ja. Alter! Ich kann es nicht mehr! Ah! Nein! Wo ist der? Ja, Local Score 51, sehr schön. Und hier bin ich jetzt hier dabei. Der erste Platz der Welt nach 123. Okay, Jens, habe ich keinen, ich habe keine Frage mehr. 91! Wo bin ich? Mr. Mike Production, ihr seht es hier, Platz 96. Seht ihr das? Sehr gut, 51. Einmal probieren wir es noch. Also wer das Spiel hat, versucht man hier meinen Highscore zu knappen. Einmal wirklich noch, dann geht es los. Jetzt geht es hier schon mal los. Und die Band wieder in den Händen machen. Ich habe Zeit vorgemacht, nehmen sie laufen. Okay, los geht's. 51 ist zu toppen. Toppe ich locker. Ich sage es euch. Das sage ich euch jetzt schon. Das sage ich euch jetzt schon, dass wir jetzt toppen. Wann bewegt sich eigentlich der Ring? Ich habe noch nicht drauf geguckt. Scheiße, es ist mit links aber echt. Das sage ich kein Video. Das sieht nicht so gut aus, oder? Das sieht nicht so gut aus, oder? Das sieht nicht so gut aus, oder? Das sieht nicht so gut aus. Habe ich jetzt eine gute technische Folge, oder? Nicht so. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich fühle sich gut an. Okay. Alter, wir haben ja 123 gestoppt. Das ist bestimmt geschehen. Das war so ein Käse. Kein leid, aber ihr wisst ja selber, die Videos. Entweder machen wir so ein Video ein oder so einfach. Echt der 51. Ich bin hier. Ob schon. Ich habe schon ein Rekord. Ich glaube, die 70. 70 wird gut. 70 ist noch Ziel. gut. Ich bin da fertig. Ich habe noch immer wieder grew-eck. Das schaffe ich nicht schlecht. Nicht schlecht. Da kriegt man wieder... Das schaffe ich nicht schlecht. 73. Nicht schlecht. Ja. Gibt's dir? Gibt's dir? Nicht schlecht, weil 70 ist, sind wir hier. 13, 14, 15. Ja, 17. Platz. 17. Platz der Welt, war eine Liste. Nicht schlecht. Ja, fahr mit mir. Gibt's dabei? Da kommt man so gar nichts von den Schaufen. Coole Sache. Das finde ich geil. Cool. Da hinten ist er. Okay, jetzt müssen wir hier rüber gehen. Hier, das habe ich gemeint. Dieses Dreckspiel. Wer kennt es nicht vom Supermarkt, äh, vom Supermarkt, äh, von irgendwo vom Jahrmarkt. Alter, was für ein Scheiß, ne? Ja, guck mal, die werden auch verarschen. Man kann nur einer bleiben. Was machst du? Was sieht gut aus? Die Feier erwischt. Ja, mach klar. Das ist genau dieses Drecks. Beschissene Scheißspiele, was überall ist. Du wirst ja bloß verarschen. Oh, beschissene Scheißspiele, richtig schlecht. Schmeiß ich hier Geld ein? Habe ich Geld? Wie funktioniert das denn auch? Ja, okay. Ah, ich schmeiß wieder was rein, der Geld. Schau mir das mal. Aber das war auch. Du seht schon alle meine Versuchung. Geschlecht, das gebe ich zu, aber... Oh, ist das da hinten? Sag, was war denn das? Da muss man ja hinterher. Bälle. Bälle von der. Bälle von der Semper. Den will ich. Ja, gib dir den Perfekt. Viel Perfekt. Na? Perfekt, der geht es nicht. Okay, das ist cool. Ja. Hat funktioniert. Hältst du mich aus mir? Yes, gibst du dir. Perfekt. Äh, wie geil. Dann haben wir noch ein Ballspiel. Scheiße. Ist das dein Ernst? Das ist mein Ball. Das ist cool. Gibt es sonst mal? Was ist das? Oh. Das ist mein Auerkoppel. Ja, wer jetzt keinen Bock mehr hat, hier zuzugucken, schade ich jetzt aus. Jetzt gibt es wahrscheinlich kein Ballspiel. Jetzt muss ich das. Das muss ich machen. Ah, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Das ist nicht so. Das ist ja alles schießen, glaube ich. Das ist das für eine Scheiße. Da seht ihr, das ist im Weltrang, das ist ja schon... Ich bin nicht mehr. 1215. Das ist mir zu dumm. Was gibt es hier noch? Das ist nicht so. Das ist mir zuhause. Musik Was bin ich? Wo bin ich? Das ist ja quitzig, die Züber, 1,5 Grad und der Ball, aber sie ist nass, das ist ja auch was sehr gefährlich, die Kämmer kommt ja gar nicht hin, das ist echt, ich bin ab und zu schon echt dran. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zugucken, gebt mir Feedback, lustiges Spiel, voll verschwitzt man. Und hier auch wieder den Abdruck, oder? Ja, seht ihr das, alles von der Brille, naja, geht wieder weg. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mark. Boo!